Ja, also, wir sind hier in einem schönen Raum, in einem Teleskop, das wir auch mal benutzen können. Was ist das? Ein Mond, würde ich genau vermuten. Ui. Uiuiui. So, den müssen wir jetzt damit abschießen. Hat ein bisschen was von diesem Mario Party 9 Minispiel, wo man die Ballons zerstören muss. Absolut nicht mein Fall. Außer natürlich, ich lande ein Glückstreffer. Als ich das das letzte Mal gemacht habe, saß ich da 10 Minuten dran. Ganz ehrlich. Ja, was haben wir denn da? Einen Stern. Was wird der denn wohl für eine Bedeutung haben? So, die Strecke hier ist idiotensicher, man kann nicht runterfallen. Das dachte ich früher zumindest, dass man runterfallen könnte, das wird irgendwie da mal langgeschlichen wie so ein Depp. Marius Stern. Ja. Hm. Da kommt man echt manchmal im Lesen nicht hinterher. So. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Immer der falsche Knopf. Hm. Und für da haben wir noch keinen Schlüssel? Wir bringen mal den Stern runter zu der, äh, bei Hellseherin. Das wäre so einfach, wenn wir durch die andere Tür laufen könnten. Und wir würden uns so viel Weg sparen. Oh, okay, Gott. Ne? Ach, gleich Mathe-Vorlesung. Äh. Da hab ich heute irgendwie nicht so Lust drauf. Vor allem, weil ich nur diese eine Vorlesung an dem Tag heute hab. Das sind immer so ein bisschen, hm. Das hab ich vorgelesen. Na, das ist doch Marius Schuh. Du meine Güte. Die Sohle sieht aus, als wäre der Tausende von Meilen damit gelaufen. Hehe. Ist doch. Oh ja, sie kommen. Die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister der Macht. Zeigt euch Geister des Sehens. Lasst mich blicken auf die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute Nacht zutragen mögen. Ja. Das haben wir alles schon mal gehört. Ja. Ich hab nämlich Vollhalsschmerzen, deswegen hab ich das nicht alles so vorgelesen. Aber in der Versteckung, Villa, werde ich vorlesungsfleißiger sein. Hör nur, hörst du? Die innere Stimme deines süßen, geliebten Mario. Schreck lass nach. Was ist das? Ein König? König Puhu? Und wer ist dieser König Puhu? Keine Ahnung, was er meint. Aber nimm dich in Acht vor König Puhu. Das möchte dir dein Bruder mitteilen. Oh ja, ein Puhu, der eine Krone trägt. Verstehe. Das ist König Puhu. Verstehe. Er hat also deinen Mario entführt. Ah, mehr vermag ich nicht zu sagen. Die Geister haben mich soeben verlassen. Ähm. Mario! Ich hab noch einen Stern. Hm? Nanu, was ist das für ein Gegenstand, den du mit dir führst? Hm? Ja. Aber das ist doch Marios Stern. Mann. Nicht von dieser Welt. Dafür aber schillernd und wunderschön. Ja, jetzt auf jetzt hier. Aha, ich kann es hören. Dein Bruder Mario, er ruft nach dir. Wie? Die Kräfte der Buhus? Du möchtest uns etwas über die beheimnisvollen Buhu-Kräfte mitteilen? Oh Mummel. Die Buhus haben wahrhaft seltsame Kräfte. Wenn sie sich zusammenrotten, werden ihre Kräfte stärker. Allerdings, sie fürchten sich vor deinem saugenstarken Schreckweg 0816. Uff, ich fürchte, meine Kräfte reichen gerade noch aus, um ein weiteres Fundstück eines Bruders zu erkunden. Meine Kraft schwindet. Haben wir nur eins? Nö. Ah, ich kann es nicht mehr klicken. Ja, sag mir mal die Zukunft raus. Ja, ganz wichtig, weil wir keine Fundstücke haben. Dann überlege ich gerade mal. Wo müssen wir denn hin? Ach, da oben haben wir noch einen Raum. Sehe ich gerade. Das ist irgendwie sehr schwer zu erkennen, auch wenn ich schon eine Brille habe, aber... Das ist doch manchmal etwas schwierig. Ah, ach ja. Der Billiardspieler. Das ist so geil. Ja, komm, an den Schoß. Das ist so ein bisschen wie diese Frau mit den Wollknollen. Hey. Wir müssen ihn dreimal treffen und, ähm... Wir werden ja dann uns... Ja. Wie der entkommt, dann müssen wir ihn nur noch einmal treffen. Das war ein Geldgeist. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen zeigen konnte, aber... ...so sieht das aus, wenn man einen Geldgeist fängt. Normalerweise aber... ...so ist ja viel mehr fallen. So, jetzt wird er dreimal getroffen und dann können wir einfach einfach einsaugen. So. Oh, oh, oh... So. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir ihn nur noch einmal treffen, um ihn dann wieder einsaugen zu können. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, sieht gut aus. Und wir haben einen Schlüssel? Die Truhe ist ziemlich groß für einen Schlüssel, findet ihr nicht? Oder? Täusche ich mich da? Ja, das war ne Geldruhe. Aber wo sollen wir denn dann nächstes hin? Jetzt bin ich stark verwirrt. Noch mehr Gold. Ah, geh weg. Ah, wenigstens hat der nur 50 Leben. Na, komm her! Drecksack. Wieso läuft der denn? Soll stehen bleiben? Ja, was ist denn hier los? Hallo? Jetzt geht's. Woher dauert das hier? Ist ja nix drin, oder was? Da müsste doch nimmer an Staub kommen. Ich halte mich jetzt so sehr mit Ventilatoren auf. Ich halte mich jetzt so sehr mit Ventilatoren auf. Komm schon. Ich weiß, dass da irgendwie Gold in dir drin ist. So, her damit. Ja, oder Scheinchen. Seht ihr, es war nicht umsonst. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Was wird denn jetzt? Oder an dem Staub, den er hinterlässt. Ich finde, die haben sehr sehr viele nette Ideen hier eingebaut in das Spiel. Da muss nur irgendwo einer sein... oder zwei... oder drei! Na Gott, treibt doch mal, ne? Oh, das ist schon wieder kein Schlüssel! Da sind auch in roten Truhen Schlüssel drin... Ah! Ach, jetzt weiß ich, glaub ich... Das ist der letzte Gegenstand, den wir, ähm, der Hellseherin bringen müssen. Wo ist eigentlich der andere Bohu hingeflohen? Der ist doch Richtung Norden! Ich sollte das doch mal vorlesen. Also er hat gerade gesagt, dass wir uns um die Pflanzen der Villa kümmern sollen. Also Blümchen bewässern und sowas. Hier müsste der Bohu drinnen stecken? Nö. Hä? Hier auch nicht? Ätschuuu! Eieieiei! Mist! Jetzt haben wir ein Problem, dass der Bohu weg ist! Immer die falsche Taste. Naja, wir finden ihn schon irgendwann noch. Es ist erstmal wichtig, dass wir der Frau den letzten Gegenschirm bringen. Sieh, an Marios Handschuh. Aha. Er ist noch immer feucht vom Angstschweiß. Ich kann deinen geschätzten Mario sehen. Das Szenario entfaltet sich von meinen Augen. Was ist das? Bowser? Wie ist das möglich? Ich sehe diese grässliche Fratze von Bowser. Befindet sich Bowser etwa in dieser Villa? Das kann ich kaum glauben. Und doch, die Kugel. Sie lügt nicht. Ich dachte, Mario hätte Bowser ein für allemal geschlagen. Hat es König-Buru irgendwie geschafft, Bowser wiederzubeleben? Das wäre ja furchtbar. Nun, zumindest für dich. Tja, die Kräfte verlassen mich. Die Geister schwinden. Mehr kann ich nicht für dich tun. Damit sind meine Kräfte erschöpft. Aber ich habe dem Worte verliehen. Was mir die Geister zeigten. Nun kann ich ausgeglichen. Mein Gemälde. Zurückkehren. Saug mich nun auf. Der staubsauger schwingender Schlingel. Wiu-Jui. Endlich kehre ich in Frieden in mein Gemälde zurück. Ach, diese kraftvollen Ölfarben. Ich danke dir. Ich danke dir, gütiger Luigi. Auf geht's. Wissen, wer hat sie sich? Aber trotzdem, wenn man dafür das unbedingt will. Und jetzt kriegen wir endlich die Beschlüsse. Aber hier ist noch ein, der sich rumtreibt. Einer mit 40 Leben. So. Das hätten wir. Ja, er erzählt uns jetzt öfter darüber, wie die Elemente zusammen spielen. Ich habe gerade kurz auf den Bildschirm geguckt. Deswegen war ich abgelenkt. Also auf dem PC. Um nach der Uhrzeit zu gucken. Und zwar ist dieser Part schon wieder rum.